Mit einer Batterie dein Smartphone laden? So geht's. Denn falls du mal einen Hilferuf absetzen möchtest, obwohl dein Smartphone leer ist, dann passt es gut auf. Du brauchst dafür natürlich dein Ladekabel, einen USB-Stecker für dein Auto, eine klassische 9-Volt-Batterie und einen Schlüssel. Jetzt steckst du das Kabel in das Smartphone und in das Ladegerät. Dann nimmst du die 9-Volt-Batterie und verbindest das Ladegerät mit dem Pluspol der Batterie. Jetzt setzt du den Schlüssel auf den Minuspol der Batterie und berührst dabei das Metallteil des Ladegeräts. Jetzt schließt sich der Stromkreis und dein Smartphone kann mit dem Strom der Batterie geladen werden. Abonnier jetzt für mehr wissenswerte Videos.